ja hallo und herzlich willkommen zurück bei company of heroes die kampagne invasion der normadie ich habe es anderswo schon erwähnt ich werde natürlich irgendwann alles davon spielen speziell das tgas da habe ich richtig bock drauf und das war auch recht cool das ist übelst hart das weiß ich noch und da weiß ich jetzt gar nicht mehr da erinnere ich mich jetzt gar nicht so dran aber die zwei waren richtig gut und das war richtig übel hart so aber auch dass es richtig übel hat denn wie gehabt wir spielen auf experte und ich habe schon mal erwähnt corenton und die corenton gegenoffensive das ist eigentlich eine mission das seht ihr daran dass ihr hier keinen neuen schwierigkeitsgrad auswählen könnt und dann corenton gegenoffensive nachdem es hier gelogen ist corenton zu sichern sieht sich die fox company nun mit einer deutschen gegenoffensive konfrontiert ja leider kurz vor sonnenuntergarten beginnt der kern der 17 panzerdivision mit dem versuch corenton zurück zu erobern ja und der versuch ist ihnen bestimmt schon 12 13 14 mal gelogen und ich hoffe das jetzt zu ändern und ich habe das auch extra gut vorbereitet das kann ich dann auch erzeigen ich habe da fünf minuten zeit also alle zeit der welt corenton 13 juni eine woche nach bidei und ihr seht sie sind fertig ist auch kein wunder wenn man sieht wie schwer es war corenton einzunehmen überhaupt das hat ja ordentlich zeit gedauert sie nicht vom kämpfen so müde sondern vor minen verlegen und vom schacheldraht ziehen und sandsäcke aufbauen warte bis du dran bist das macht durstig sandsäcke schleppen stapeln und so ich hoffe das ist traubensaft sergeant natürlich sir traubensaft naja es war mal traubensaft vor etwa einem jahr die siebzehnte panzerdivision mobilisiert ihre einheiten um 40 zu befreien wir können hier jetzt nur noch eines tun wir halten diese verdammte stadt sie werden die brücken brauchen wir müssen sie also verteidigen mg stellungen minen und stacheldraht sperren an diesen strategisch wichtigen punkten werden uns die crowds vom hals halten naja wenigstens fürs erste wir haben ein paar 57 millimeter panzer abwehrkanonen mit denen wir die zugänge zur stadt schützen werden wir müssen dafür sorgen dass sie nicht zu schrott geschossen werden die pioniere haben beim rathaus und bei der kirche feldbaracken errichtet wir können von diesen punkten aus jederzeit verstärkung anfordern auf der anderen seite des flusses wurden an diesen stellen strategisch wichtige punkte ausgemacht erobert sie die deutschen wollen karantan um jeden preis zurück wir werden uns eingraben und ihnen einen netten empfang bereiten so die verbesserungen und ich habe festgestellt dass es relativ gut ist wenn man kommt mal her ich setze jetzt in jeder jeder ecke setze ich einen dieser scharfschützen ein was jetzt versperrt diese brücken und errichtet mg stellungen dass ich kann da wurde was weggesprengt scharfschütze meldet einsatzbereitschaft könnt ihr da eigentlich ja genau zieht doch da neue dann ist das wieder zu bieten denn der punkt ist wenn ihr hier auf 350 kommen wollen dann solltet ihr eins beachten geht doch bitte an die ecke auch die auch als spotter wo ist denn mein experten scharfschütze abgeblieben abgeblieben und ich da war einen ja dann nicht ihr müsst die einfach so lang wie es geht aufhalten sobald die dann hier sichtbar werden müsst ihr rüber drücken ich zeige euch dann wieso was macht ihr hier sagt er mal jungs das geht jetzt gar gar nicht was jeder macht wo ist denn mein zweiter scharfschützen veteran ist der abgeblieben ich habe zwar zwei scharfschützen aber das sind nicht die die ich meine also einer da habe ich den falschen erwischt das passiert ja ganz gern mal die lauten meine koordinaten ich stelle ich gleich hier hin am besten dann gab es nur hier noch eine kalone könnt ihr die noch flicken vielleicht die lautet die oder die ist nicht nötig aber die kommen noch ein bisschen flicken in bewegung hier airborn ranger bleibt in meiner nähe so hier airborn ranger du könntest da helfen eigentlich beim verminen was der sonst nichts zu tun die konstruktion ist abgeschlossen diesen zugang bewegt eure ärsche die lauten meine koordinaten so jetzt seid doch mal leise leute ich habe ich ja genug derzeit ok bist du soweit sehr schön aber wo sind diese scharfschützen abgeblieben ich hatte mal zwei gute scharfschützen wo sind die abgeblieben das verstehe ich jetzt nicht ganz wenn ich ehrlich bin verstehe ich das ich hatte mal zwei veteranen armleuchter und da ist nur noch einer da nämlich der da der angeschlagene der andere ist irgendwie verschwunden keine ahnung wo der abgeblieben ist ist der hin jetzt habe ich die extra hochgelevelt für den zweck ja gut kann man nichts machen keine ahnung vielleicht taucht er doch auf irgendwo aber keine ahnung wo der sein könnte zuhören ranger wir haben schon bald wieder die volle starke erreicht so und die muni werde ich jetzt für die grills die werde ich jetzt nicht verwenden aus dem einfachen grund weil ich gerne artillerieschläge verwenden möchte in ordnung ich ziehe die aber in die nähe die kels dass die helfen können und dann macht das von hier aus wenn wir können ihr habt einen ok dann kriegt ihr jetzt auch noch einen ihr seid fertig aha ranger bereit hier aufwöhnen bitte pioniere hier spielt die musik ok ok eine mannschaft hier wir haben den bauauftrag ausgeführt wir hauen von hier ab eine mannschaft hier ja vielleicht sollte ich die bisschen verteilen mit ein bisschen glück kann ich die nach hinten schützen wir graben uns ein wenn dann die artillerieschläge kommen das könnte ich eigentlich jetzt schon machen dann habe ich vielleicht ein bisschen bessere chancen dass davon nicht so viele verhecken wir können unsere einheiten nun schnell nach so und habt ihr noch irgendwie was wo sind die jungs auswöhnen so genau ihr macht auch noch so eine deckung hinter euch roger jawohl jeep in bewegung ranger zu diesem nachzwecke fertig ich kann die dinger nicht mehr sehen ja haben verstanden jawohl es wird Zeit dass wir den deutschen eine Lektion erteilen so ach das sollte fast reichen hier hä ok mädels oder dass wenn die die artillerieschläge dann über den fluss kommen dass die ein bisschen deckung im rücken haben falls ich sie nicht wegziehen kann das könnte nämlich gut passieren wenn es natürlich genau in den sandtag reinschlägt kann ich dann auch nichts mehr machen ich habe den eindruck gehabt dass das hilft dass es da nicht so tolle abkriegen falls ich sie nicht wegziehen kann rechtsseitig das kann nämlich passieren so und dann will ich den in der kirche haben oder noch besser hier unten genau den muss ich einfach rechtseitig abziehen ok in bewegung bleibt hier stehen wechsle position so ok ähm nein ihr sollt hier hin bringen wir den deutschen eine Lektion erteilen wer eilt euch gefälligst legt da drüben ein paar Minen das war's konstruktion abgeschlossen ok da in die Ecke genau und du kommst zurück bitte die Jungs verlassen sich auf uns noch drei Minuten okie dokie das muss reichen wir dürfen noch ein zweiter jetzt hoffe ich wirklich dass der Rauch da nicht gleich hier drin äh los geht dass dass die ganzen Explosionen genau da in diesem Gefierd drin stattfinden weil da nützt natürlich das auch nichts mehr das ist klar erwarte Befehle Aufklärer ist auf dem Weg beginnt mit dem Bau seid vorsichtig Jungs so wie sieht's da unten aus ok dieser zweite der bleibt irgendwie verschollen dieser zweite Scharfschütze der veteranen Scharfschütze keine Ahnung wo der ist tja kann man nichts machen ich kann die Dinger nicht mehr sehen so und jetzt mach ich den nämlich noch einen MG hier drauf ja los geht's verstand ich kann die Dinger nicht mehr sehen und die füllen wir auf und die füllen wir auf dann war's das Gruppe bereit verstanden ich kann die Dinger nicht mehr sehen gibt's was zu tun Bau eingeleitet pioniere kampfbereit also gut pioniere gehen wir Bewegung so noch eine Minute und dann darf ich jetzt nichts mehr bauen ok von mir aus kann es losgehen jeep macht sich auf den Weg jawohl jeep in Bewegung ok alles abgezogen jawohl die sind verteilt stehen da wo sie sein sollen wobei du kannst noch ein bisschen nach vorne kommen die ziehe ich nachher zurück wechselposition hier drinnen soll ich auch rechtzeitig machen das muss rechtzeitig passieren ok wir haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht abmarsch ranger so warte mal 5 was kostet denn noch 5 3 3 3 ähm 1 2 hier Airborne Ranger also gut wir wechseln unsere Position schweißen schießen schlafen es ist immer dasselbe ich will die Minen so dicht nebeneinander verlegt haben dass sie beim geringsten Mäusefurz in die Luft bringen ok jetzt rumpelts gleich zuhören Ranger jawohl die Ruhe vor dem Sturm und die Krähen freuen sich auf ein Festmahl erste Gruppe in Position seht ihr die Giebel überall überall in links blau was sehen sie Truppenbewegung drüben am Stadtrand Panzerabwehrtrupp in Position da kommen sie trinkt mir endlich Munition verdammter Mist die haben Panzer ja du ich hab keine ich krieg meine viel zu spät für den Orden wir sind jetzt bei Carator wir greifen an sagt mal Jesus nen Gruß von mir Stux zielt auf die amerikanischen Stellungen wir werden die Stadt befreien treibt sie zurück der lebt leider doch zeigen wir diesen Bastard aus welchem Holz Ranger geschnitzt sind haltet die Klappe und hört mal zu ok Mädels sie haben es auf mich abgesehen hier Schatzschätze ja schon schieß sie weg das ist dann schon kräftig geistet das wäre schon nötig wie alle von der Flinte und hier eine Klappenerieunterstützung wartet auf Lob ja Scharfschütze hier das wird die nicht feindliche Einheit ausgeschaltet du musst ihn schon mal treffen weißt du hab sie alle von der Flinte sie haben es auf mich abgesehen hier Scharfschütze ha ha so geht's auch ok dann geh jetzt ein Stück zurück so ok ok da kommen sie wieder und was ist das ok das wirst du hier richten hoffe ich und wo ist das MG jawoll ihr sollt noch rauspacken so und jetzt muss ich eigentlich nur noch eins tun ähm brauche ich hier nein die nehme ich zurück die sind sonst nur tot sie versuchen mich nach draussen zu treiben stehe unter Bischof oder warte doch die brauche ich später doch fällt mir grad ein sobald hier die Granaten ins Wasser einschlagen brauche ich die wir sind ganz schön weit von zu Hause weg so und jetzt darf ich keine Munition mehr ausgeben das ist wichtig scharfschütze in den Kampf hoch die Erschild aha der ist kaputt der BIP bleibt jetzt hier das ist mir jetzt wurscht ich hoffe mal dass ich die Pädagogie da musst du erwischen die da die sind meine Einheit ausgeschaltet jetzt bräuchte ich dann aber eine Mannschaft die mit irgendwie hier aufklärt sobald die hier ungefähr diesen Bereich erreichen wo denn bist du das? nein oh Panzer hä? ja gut aber du wirst das richten oder? wieso explodiert der scheiß nicht? wir haben Verluste ich hab die 100 irgendwas wieder nicht zusammen hä? gib mir die mal benutze die mal als ich benutze die mal als Spot da da war liebste blöde blöde Kerls dabei die 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 Minen entschärfen was ich natürlich überhaupt nicht nicht gutheißen kann so kommt ihr endlich Jungs du da hä? ok feindliche Einheit ausgeschaltet sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern so seid ihr jetzt endlich da Hölle noch eins na also geht doch ja ok da brauche ich den da kann ich mir den Artillerieschlag noch einfach ein bisschen schenken ich könnte ja welche nachbauen fällt mir grad ein dann kann ich ihn noch ein bisschen länger hin halten feindliche Einheit ausgeschaltet nehmst du noch nehmst du noch oh verdammt scheiße du verstanden Feuerleitstand Feuer nach Reichenstelle wach wieder jawoll jetzt mach ich platt jawoll das hat mich jetzt zwar eine Artillerieschlag gekostet dafür lebt ihr noch und das ist wichtiger das ist jetzt einfach wichtiger ja ok fahr doch mal da mit dem Jeep rein und räumt doch mal ein bisschen drauf hier kannst du die mal niederhalten ich muss die einfach hinhalten hinhalten kämpfen ist das Schlüsselwort hier ist der Scharfschütze schon ja der ist unterliebstes renne rein renne rein renne rein das ist nicht zu glauben wie lange der braucht wie lange willst du noch auf den Feuer und jetzt reicht es mir langsam 1000 Schussweite Artillerieschlag wird eingeleitet ruf die Artillerie Granate Artilleriesalve Ground Einreis aus dem Fall und wechseln feindliche Einreis auf dem Feuer ok jetzt kommt das Mörser Granate Entdeckung scheiße geh nach vorne da passiert irgendwie nicht viel hä das ist so ohne Null hätte ich doch noch Artillerieschlag drauf gehauen 186 das sieht aber verdammt gut aus für das die Jungs noch nicht da sind sie müssen glauben sie hätten eine Chance hindurch zu kommen das ist doch wichtig wir haben einen Bauauftrag sonst kommen sie die hey sonst kommen sie nämlich nicht hierher hier Airborne Ranger wir verzeichnen Geländeverlust ok lasst sie dich rüber ähm aufhören aufhören jungs jetzt schießt ihr schon wieder hinter mir mit hier ja komm ihr könnt doch nicht überall wo ich hinstehe ihren scheiss ihmballern das geht doch nicht Das ist einfach die Schweinerei, wirklich. Das ist eine echte Sauerei. Das kann ich jetzt nicht anders sagen. Wo ich mich hin platziere. Ihr müsst hierher kommen, Jungs. Das geht sonst nicht. Schnell, Jungs. Schnell. Füllt auf, komm. Jetzt brauche ich euch nämlich. Die lehnen wir hier noch. Das ist sehr beruhigend. Ihr müsst die drüben halten, solange ihr irgendwie könnt. Schnell, schnell. Wieso gehen die Minen nicht hoch? Wieso gehen diese Minen nicht hoch? Wir haben schon bald wieder die volle Stärke. Das sieht hier aus. Lebt ihr noch? Ja, ihr lebt auch. 2,56 hier. Die sind tot, die da drin. Wie lauten meine Qualität? Na los, na los, raus hier! Oh, oh, ihr müsst weg. Ihr müsst weg, ihr müsst weg, Jungs. Aber ganz schnell. Die leben noch. Super. Super. Super, die leben noch. Boah, das dürfen die Mörser sein. Hä? Wie dann? 2,71. Weißt du was? Nichts zurück. Vorwärts. Zurück ist was, hier bei Kriege. Wenn ich nur Mörsern könnte. Dann würde ich da hinten mal ordentlich Mörsern. Lauf weg. Wir müssen nie nachgehen. Komm, rennt doch mal hin. Ach. Da war es schon wieder ein... Ach, da kann man ja gar nichts mehr bauen. Dann rennt mal bitte schnell zur Kirche, dass ich euch auch wählen kann. Ach, Mist, das geht ja gar nicht mehr. Da muss ich drauf fallen. Ah, der ist schon, ja. Ihr dürft nicht hier drüber. Ihr dürft nicht hier drüber. Hier müssen irgendwelche Mörserkerls sein. Mörderische Mörserkerls. Aber was soll man tun? Okay, jetzt müsst ihr langsam die Geschütze holen. Bringt Geschütze nach oben. Verdammter Mist, die Deutschen. Ja, ihr habt es nicht hier durch geschafft bisher. Aber die werden hier bald ankommen, schätze ich. So, hier, nächstes Geschütze. Kommt dahin. Und hier hoch. Lauft. Lebt ihr noch? Ihr lebt noch. Ich soll euch rüberziehen. Aber es ist vielleicht gefährlich, weil da drüben gibt es die Mörser. Genau. Schieß auf den. Macht erst das. Was hat man? 3,24. So gut war ich noch nie. Oh, jetzt kommen sie durch. Jetzt kann ich es nicht mehr verhindern. Jetzt kommen sie wohl durch. Kommt her, Jungs. 3,32. Ich bin da dran. Ich bin da dran. Ich glaube, es sollt ihr vielleicht aussteigen. Oder kriegst du das hin? Oh, jetzt will ich so die Mörser sein. Aber ich kann nicht. Mach ihn alle. Mach ihn alle, bitte. Oh, die schießen so beschissen. Leider. Da ist auch noch einer. Ja. Jawohl, endlich. 3,42. Komm, ihr schafft das noch. Ihr schafft ihn noch, oder? Okay, nein, ich schaff die nicht. Oh. Hölle. Hölle, Hölle. Ne, wo rennt ihr hin? Hat euch das hier mal gesagt? Das ist umlaufwendig. Okay, ich denke, es reicht. Ich denke, es reicht. Ich habe es nicht schlecht gespielt. Wir haben vom Strand ein paar Panzer mitgebracht. Verstanden, Hebe-Kompanie. Schön, dass ihr hier seid. Wir können eure Hilfe gut gebrauchen. Aber man darf sich einfach nicht verleiten lassen, mit den ganzen Truppen nach oben zu gehen, in die Mitte. Denn, denn werden die Miesen, die Miesen, da werden die Miesen Bienen von den, von den eigenen Truppen ausgelöst, beziehungsweise vom Beschuss auf die. Und das ist natürlich, dann war's das, oder? Ja, ich habe den Bronze-Stark eingesackt. Komm her. Komm her. Seht ihr noch? Scheiße. Jawohl. So. Und ihr... Ach, ihr könnt noch nicht. Es sollte noch mehr kommen. Genau. Schirmen erwartet Befehle. Nach Einfahrt. Okay. Ja, super gelaufen. Schön gemacht. Los, drübe, wir go. Verstärkung ist von der Wurzeln. Also, Simmel-Mirillion, es ist eine Kombination aus dem, was wir gestern besprochen haben. Und ich denke, diese Scharfschützen, die ich da gezeigt habe in den Häusern, das ist wohl keine schlechte Strategie. Denn wenn sie auf diese Häuser draufmörsern, dann dauert es eine Weile, in der Regel, bis die Häuser zusammenbrechen. Und ich habe überhaupt das Gefühl, die Scharfschützen sind in den Häusern oder unsichtbar gedeckt. Kombination, also unsichtbar gemacht und in den Häusern eigentlich die beste Wahl für diese Geschichte hier. So, und jetzt muss ich die irgendwie noch zurücktreiben. Ich würde sagen, ich gehe mal nach vorne und mache den da kaputt. Da muss was sein. Und zwar solltet ihr euch... Ach so. Dann baut doch das mal wieder drauf. Ach, kannst du nicht. Dann mache ich erst das da. Da geht es nämlich dann schneller. Kommt mal hier raus. Vorwärts. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Dann mache ich jetzt dann ab und another. Pflichting sogaricios. Nur wie immer es ist! Alles ist alles. Er tut mir gut. Jetzt kommt noch mal kurz zurück, da kann ich das M-G draufpappen. Das ist der zweite Tag, nachdem wir hier rüber schauen, ein Bier kommt zurück. Geht vielleicht schneller, oder? Ihr merkt, ich brauche die gar nicht eigentlich, die sind eigentlich übrig für mich. So, habt ihr alles repariert? Nein, habt ihr nicht. Seid ihr schon da? Wenn die das vielleicht bauen, da könnt ihr nicht ran. Okay, dann machen wir halt hier den Angriff. So ungefähr, hä? Ja, kann man wirklich. Bewegung! Schneller, meine Damen! Komm schon, gehe los! Schirmen erwartet, befrechen die Zeit ab! Vorrücken! Schieß drauf! So! Ja, ich sterbe! Allesamt hier, ich sterbe! Die ewig in die Aktegründe ein. Grundlos. Oder so. Keine Ahnung. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich sie halt mich gepackt habe. Ja, sie sind da. Ja, ich weiß wieso. Die nächste, die Mission Montebourg, die ist noch übler. Aber das seht ihr dann, wenn ihr Lust habt. So. Oh, den Bronze ist da. 350 Einheiten der Achsenmäuse vernichten. Und das war ein hartes Stück Arbeit, Leute. Ohne Scheiß. Also auf Experte ist das echt ein hartes Stück Arbeit. Aber ihr habt die Strategie gesehen. Ihr müsst in der dritten Mission alles so weit vorbereiten, dass ihr mit den Sandzecken und den Stacheldrahtgefierten die so ein bisschen einsperrt. Und dann dürft ihr höchsten Scharfschützen nach vorne schicken. Dann schickt ihr eure Einheiten dahin, wie ich es anfangs immer gemacht habe. Dann kommen die Mörser und lösen alle eure Minen aus. Und dann ist das Bär der Winter nutzlos. Ich habe so bestimmt so 220 Kills oder sowas, 250 habe ich gemacht, allein mit den Minen. Ohne dass die groß auf mich geschossen haben. Erst wenn sie dann in die Nähe vom Fluss kommen, dann könnt ihr anfangen, euch zu wehren. Eigentlich genau wie es eingezeichnet ist, auf dem Plan zu beginnen. Man sollte sich womöglich mehr orientieren, an diesem Plan zu beginnen. Der könnte einem helfen. Muss mal gucken, ob das wieder so ist bei einer nächsten Mission. So, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns bei der Mission Montibour, heisst die, glaube ich. Können wir ja noch schnell gucken. Genau, Montibour, da sehen wir uns dann wieder für den Red Ball Express. Ich danke euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschaui.